Hallo, Daniel Schröder vom Buxtehude SV. Meine Top 5 Tipps für ein gutes Tor ist auf Platz 5 immer gut ausgeschlafen sein, auf Platz 4 morgens ein ausgiebiges Frühstück, auf Platz 3 immer richtig stehen, auf Platz 2 natürlich die Portion Glück und auf Platz 1 immer ehrgeizig bei der Sache sein.